Der Herr ist mein Hirte. Mir wird es an nichts mangeln. Höchstwahrscheinlich werden Sie die Mörder niemals erwischen. Sie können sich dafür nicht die Schuld geben, Frank. Oh, glauben Sie mir, das kann ich. Ich hätte für Sie da sein müssen. Ich hatte den Falschen bestraft. Um die Morde an meiner Frau und meiner Tochter zu rächen, legte ich ein Schweigegelübde ab. Ich hatte meine Art der Buße gefunden. Sehr brutal, finden Sie nicht, Frank? Daddy? Daddy? Untertitelung des ZDF, 2020